Musik Wir haben ja aus einem Monat drin. Wir hatten einen Freund in der Ecke am Wouter. Wir hatten eine sehr feine Zeit. Wir hatten einen Jetski. Hinter dem Jetski hatten wir eine Bluse angemerkt mit Wind. Und da fuhren wir mit am Wouter ran. Einmal fuhren Ecke und einmal fuhren Heu. Und wir hatten da und da, wir probten uns am Ecke, durch so Rofte schmieten. Und einmal, wenn es für Sterlhilden Heu fuhren, dann fragt er mich, dass die Leute da und da und wenn ich sei erfuhr. Dort habe ich immer probt, an Wouter zu schmieten. Und ich sagte, du, du so sei aus dir was. Und ich spiede ab. Und wir gehen in einem Wouter ran. Und er bloß schmattert über der Welt. Und auf einmal holte ich den so ran. Und ich hielt vors. Mit all meine Kraft. Und wenn ich fehlte, ich würde nicht hin vors hiel. Aber ich schaffte war er. Und so ging ich einmal, zweimal und dreimal. Und auf einmal wird er war er da, wo ich mit all meinen Kraft vors hielt. Und ich dachte, wie bloß das letzte Königmeier. Und an dem Moment, hoffte ich bloß ab. Ich schmatterte am Wouternehm. Ich leute los. Und ich spürte Furt. Zusammen war wie Arach. Weil ich mit dem Wouter fährchen kann ich nicht laufen. Und ich war dann, ich konnte meine Reben sehr verlassen. Und in den nächsten Wochen hat ich viel Schwierigkeiten mit Schlupen. Ich konnte nicht Dinge abheben. Und ich konnte viel weiter. Wenn ich nicht losgeladen und ich konnte meine Reben sehr verlassen. Und da müssen wir uns denken an, wie das Leben von Hiob wäre. Hiob fällt sich auch so. Er wurde immer in der Wald geschlägt. Haben, drei. Seine Familie war auch noch. Seine Arbeit war auch noch. Seine Arbeiter war auch noch. Und es war ein schwerer Täter in Hiob seinem Leben. Und es fällt sich so. dort wir alle tun es. Und dann kam es in der Früh noch an, in Hiob Kapitel 2 von Schnee. Und wir sagten dann, Lut Gott bloß mal raus. Und dann sterf. Vielleicht hat uns das am Leben nicht nach uns ist dort. Das Leben ist so schwer. Das sind viele Schwierigkeiten. Das sind viele Leute. Ich belebe vielleicht Dinge, dass ich so das Leben nicht schlau, von einer Wahl oder anderen dort schlau. Und ich guble es dort am Leben. Und ich wollte nicht mal ein Vulkan sein mit dem anderen. Wenn die das dort geht, dann werde ich die sagen, Lut mich los. Lut mich los von Gott. Gott sagt, denn sie wurde ein Held, dem hat sie eine reichte, starke Hand. Halt vor's an Gott. Wenn man die loslats, wenn die von Gott seine Hand loslats, wenn ich von Gott seine Hand loslats, dann geht dort, dass es mir dort ging. Ich leut los, wenn mir wieder zu schwor. Und dann habe ich bis nach Säu für meine Arbeit. Wenn wir von Gott seine Hand loslats, in dieser Zeit wurde es schwor jetzt, wo ich durch mein Leben durch verschiedene Schwierigkeiten gehe, und ich leute von Gott seine Hand loslats, dann wird das nicht leichter geworden, dann wird das schwor. Dann gibt es eine neue Video. Und ich will dich mal versprechen. Wo immer du bist, wo immer du im Leben durchlatsst, Lut mich los von Gott seine Hand. Halt vor's. Und hier versprechen die zu bewahren, dass es ganz allein geht. So, ich will dich fair machen. Nicht abgeben. Gott sei Dank. Gott sei Dank.